Mein Spiel ist am Gestirn. Ja, denn hier, der Mulri, ich komme an. Ja, herzlich willkommen, hier ist wieder das HomoJ-Team mit mir. Hallo. Ja, ich sag einfach nicht hallo, weil ich bin ja nicht mir. Ich wollte dir jetzt mal nur das Team vorstellen. Hast du auf mich geschossen? Nein, auf die Waffe, die da lag. Ja, B. Ich habe es nicht mehr geschafft, scheiße. Oh, Mandalu, ey. Ach, seit dem neuen OBS-Update ist das so, dass das Spiel einfach abstürzt, wenn du die Aufnahmen startest manchmal. Hast du, musst du Glück haben. Hast du doch selber immer gehabt. Nee. Du, Pfeife. Nein, 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 der ist mit Abstürzen, der kommt bei mir, weil ich die Tammel. Keine Eck. Eben an der Rentner-Pennerbank da. Ah, schade. Luvin hat gut Schaden gemacht. Ja. Oh, oh, da kommt noch einer. Oh, Gott, leck mich am Widerschner. Ja, zwei Seiten gleichzeitig. Küche, rechts kurz und zwei Haus. Mach was. Mann. Sterben tue ich. Es klingelt hier schon wieder. Was ist das eigentlich für ein geiler Spider-Man? Was? Spider-Man? Das ist der Dolan-Spider-Man. Der Dolan, genau. Ui, oder so heißt der. Der sieht traurig aus. Ja, nice eco, Jungs. Nice eco. Let's go, my brothers. Ja, my brothers. Motivation. Oh, Mann, halt doch die Fresse mit deinem Motivation, ey. Frick halt nicht. Döner, zwei. Oh, drei im Switcher. Döner jetzt, zwei. Zwei, zwei, einer, zwei tot, einer im Switcher, was? Ach, fuck. Zwei tot, zwei im Döner, drei im Switcher. So, Jungs. Ja. Jetzt aber. Mit Waffelgewalt. Mit Waffelgewalt? Ja. Gänzt oder was? Hier, Bombe. Hello. Nochmal A oder was? We shall do it today. Jetzt geht's live. Halt. Ja. Ja, so ne Kacken, Mert. Döner. Roter Holz. Oh, ja. Ey, springt der da, ja, schön. Was? Wer dann? Wer dann? Toll. Der hat an. Was der an hat. Brauchst nicht schleichen. Der weiß, wo du bist. Der weiß das. Der steht da ums Eck. Guck. Ja, ich hab auch an. Rückschleichen. Hör da an. Hör an. So, was denn jetzt hier? Unsere Taktik funktioniert so nicht, Jungs. Nee. Wir sind nur vier. Nee, da steht nur eine. Okay. Eiko B. Bitte oder direkt? Direkt. Ja, ohne Pistolen kannst du eh nix machen. Let's go, mein Bruder ist es. Wir haben noch Pistolen. Ohne richtige Pistolen. Wir haben noch ne Plastikwaffe. Hier, Alter. Hinsdash. Wir sind sowieso gleich hier. Volotov reingeflogen. Molly! Laufen da durch? Ich weiß sogar. Pennerbank. Pennerbank ist fast tot. Ja, danke schön. Ja, man ist tot. Land for cash, Junge. Küche zwei. Zwei Stück in der Küche. Ja, ich bin toll. MacGloven. Mitte, 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 Mitte. Ja, stimmt. Ach, was ist das denn? Fick dich. Ball. Der kam aus Mitte. Beste Spot EU. Nein, nein, du hast ihn nicht. Er lebt noch. King of Tasty, du fette Stück Scheiße. Ja. Ich denke, ihr geht auf Paul jetzt, ne? Hätte er haben können, auf jeden Fall. Jetzt A. Nein, den hätt ich haben können, ja. Der noch nur. Ich weiß, ich gab. Da. Let's go. To the mall. Bäh. Udi. Unterholz, Vorsicht. Alter, alles zu mir. Smoked. Bedi? Einer ist angeschossen auf der Schräge, auf der Treppe. Mit einer AWP, ja. Stimper, Unterholz hier. Bibi. Ach, das kann nicht sein. Noch 30. Ich weiß, ich. Letzter. Leute, jetzt steht nicht alle CD. Gucken. Oben im Haus. Tot. Oben ist der AWP, wenn du in die Treppe hochkommst. Und dann rechts. Direkt. Stopp. Du musstest eigentlich draufstehen. Danke. Noch mal, noch mal A. Das war schön. Seid ihr eigentlich noch da? Ja, wir sind froh konzentriert, Mann. Aber ihr seid doch immer töte. Wie ich? T, T, ich hab schon was gefangen, ey. Am Unterholz auch. Und du, jetzt clear. CT in der Piff oder sowas. Gießt hier durch Windel. CT müssten zwei sein. Ja. Middle kommt einer. Einer ist Middle. Ach, scheiße. Hinter der Triple Box, ja. Triple Cheese. Triple Cheese. Mal A. Noch mal A. Ach so, Alter. Hört auf damit, ey. Gleich haben wir wieder den Salat. Ja. Weil du wieder ausrastest. Ich? Du hast ein Kill in der Runde gehabt. In der Runde. Das ist skandalös. Du hattest nur ein HP, Alter. Ich hatte ein HP von deinem Leid. Ich hatte ein HP von deinem Leid. Ich war... Nein, nein, nein. Als ich dich erschossen habe, hattest du ein HP. Wir hätten die Runde gehabt. Ich hätte damit noch vier, fünf geholt. Ich habe dich erlöst von deinem Leid. Das konnte keiner mehr mit angucken. Du hättest dich ja selbst erschießen müssen. Ja, der Typ so. Ja, der läuft, ne? Ups, der liegt ja da. Der liegt ja da, der Mängel. Ener noch. Ener J. Er saved irgendwas. Das hilft, Ingo, der Mängel. Schönen Draco Malfoy. War er im Döner, oder was? Ja, er stand hier um die Ecke. Eigentlich die ganze Zeit neben mir. Er gechillt, oder was? Die haben jetzt einen weniger. Deswegen Rush A. Rush A? War das auf A überhaupt, der Typ? Ja, der Bot kommt auf A. Das ist ja schön. Dann sollten wir da vielleicht nicht hinlegen. Doch, um den zu töten, bevor ein guter Spieler den übern tippt. Da hat er denn ein Gewinn. Äh, unten. Triple Box, noch einer, Basti. Das ist noch einer. Und CT Base. CT Base kommt. Alter. Das ist doch ein Witz. Du hast die doch gekillt. Der Bot ist doch gekillt. Das war kein Bot, den hat einer gespielt. Dann gehen wir in den Mitte. Mitte schmocken und dann A. Also B schmocken. Nicht den Switcher. Ja, den Döner auch. Ja, dann schmock ich den Döner. Mach ich gleich. Ja. Ja, es liegt, glaube ich, genug. Und durch? Oh, zwei. Willkommen durch. Schön. Ich habe sie sehr gut gemacht. Das Team ist stark heute. Kommt der Kitchen, Kitchen, Kitchen. Ja, chillt hier rum. So war er. Ja, auf B, hier. B war er noch. Aber ich dachte, er ist Küche geworden. War gechillt. Machen wir nochmal. War gut. Ja, wir hatten ein bisschen Glück, ne? Dass da zwei im Dings standen. Die Smokes waren auch gut. Lief. Waren einfach nur viele. Ja. Ist ja nicht schlecht. Jo. Komm, wir fahren sie von unserem Land. Ja. Einer ist am Rauch Basti. Wo? Hier im Dönerladen. Du bist doch lila oder? Ja. Oh ich hab noch. Hey Leute, schön. Einer war Palace übrigens gerade drin. Nochmal. Ich weiß nicht ob ihr das mitgekriegt habt. Wusstet ihr, dass es in einer Palace war gerade? Ja wir könnten auch mal all die Klasse. Wir könnten auch auf B gehen. Ja gut, machen wir das jetzt mal. Ja bevor ihr den Palace, den habt ihr nicht mitbekommen. Ich bin angeschossen. Nimm du die Bombe, ich bin fast tot. McLuhan. Ja ja. Los, gehen die Badys mal. Boah. Ich bin auf dem Spot. Viele bitte. Aha, einer kommt Döner jetzt. Ich bin hinter dem Sniper, der mich gehört hat. Boah Dalu ey. Dalu ey, der jetzt nicht los ist. Hallo, ich konnte nur einen, ich hatte nur einen Schuss. Bitte einer. Einer Mitte und einer Döner. Schön. Bei der Mitte, Mitte, Mitte. Da war noch einer drin. Wo waren wir jetzt noch nicht? Wir können hier unter Führung und dann A. Und Mitte wieder Smoken. Was wollen wir? Die Unterführung. Also bei B da hoch gehen. Und dann hier Tunnel. Also Weinkeller. Ich gehe in die Mitte. Trotzdem, ich habe gar nicht gekauft. Ich versuche so mal den Smoke zu machen. Hier im Connect Door. Das ist nicht nur eine Führung, Lila. Grün hat es richtig gemacht. Und Draco Malfoy holt sich ein. Wer hat die Smoke in den Connector geworfen? Kann das bitte einer kurz sagen? Ich habe einen in den Döner da oben reingeworfen. Ah ok, schade. Ich hätte gerne gewusst, wo meine gelandet ist. Meine ist bei der Ökonomie gelandet, glaube ich. Ok. Wohin? A oder was? Komm mal, B. Ja, B müsste jetzt frei sein. Ich glaube, Basti hat hier alles gekillt. Der kam von, genau. Der kam aus T-Base gerade. Ich bin jetzt so weit auf B, aber noch nicht safe. Ach fuck, der ist drüben auf A, schießt durch den Switcher. Wenn ich die Bumble... Wieder aufm Sims. Oder so. Oh ja. Bitte einfach smoken von hier. Alle Smokes rüber. Dann kurz warten, dann alle A. Direkt. Also von hier die Smokes. Jaja, hier rüber über das Haus. Das geht? Ja, wenn du dich da hin an die Tür stellst. Hm. We must move. Come on. Yeah. Und dann A. Dann A. Einfach einfach A. Damit die wieder denken, wir gehen wieder in der Mitte. Da schießt schon einer wie wild rum. Cool. Triple Box. Aufholz. Oh, aufholz. Aufholz. Ja. Der ist tot, Leute. Aufholz. Oh, ja. Da ist noch einer. Rechts in der Nacht. Witcher. Schön, schön. City Base letzter, glaub ich, oder? Oder hast du den? Malfoy. Ne, ich seh den gar nicht, den City Base. Achso, der ist tot. Da liegt der gleiche. Hier, Granate liegt unten. Bombe ist das nicht, Granate. Mgluven. Ne, renne. Nein. Grenade. Bombe ist geplant. Hier, dich fast erschossen, Alter. Ich dich auch. Bisschenweise mit dem Messer. Dann wär ich wieder mit dem Messer erschossen. Mit dem Messer erschossen, ne? Ja. Noch mehr? Ja, rush. Ja, rush. Ja, rush. Ja, rush. Entfernen. Allons! Röne. Tunez! Open Holds. ist er tot? Ist er tot? Direkt auf dem Spot. Ja, der war süß. Noch einer direkt auf dem Spot. Fick dich. Okay. Der Moment. Auf dem wir alle gewartet haben. Schafft er mit der Auto-Sniper? Hätte ich mal nicht die weggeschmissen in dem Rausweg. Genau, all time, Pech. Gut dann, ähm, Middle Smoken, B, ja oder einfach mal B Rush hatten wir jetzt so lange nicht mehr. Die gehen jetzt wahrscheinlich davon aus, dass wir wieder A kommen. Einfach nach B und Mitte halt wieder voll dicht machen. Schmeißt du mal ne Decoy Richtung A? Ja, genau. Hat natürlich keiner. So, ich dachte, er hat sich angehört, wie er schmeißt ne Decoy Richtung A. Nicht sterben, was die... Penis Bank. Penis Bank. Penis Bank. Bitte. Im Shop. Grenade. Der letzte. Nach leckerem Arsch. Wo denn? Im Shop. Im Shop. Mr. Pasty. Nice. 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 Sehr schön. Muss man sagen. Hier. War ne gute Runde. Schaut mal hier Elbster.de, Rumpage.de und äh. Und unsere Kanäle natürlich. Tschüss. Tschüss. Tschüss dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.